Hallo ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und in diesem Video möchte ich euch die 5 erschienen Simpsons Spiele für den klassischen Gameboy vorstellen. Ich glaube die Simpsons muss sich hier nicht mehr großartig vorstellen, das dürfte wirklich jedem bekannt sein. Die Spiele haben so einen gemischten Ruf, manche sind gut, manche sind schlecht. Folgend werde ich hier gleich alle Spiele der Reihe nach Erscheinungsdatum kurz vorstellen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt. Sind jetzt nur Gurken dabei oder gibt es vielleicht auch versteckte Schätze? Ihr werdet es hier herausfinden. Wie der Name es schon verrät, geht es hier um unseren Lieblingsunruhestifter Bart Simpson, der in einem ziemlich gruseligen Ferienlager gefangen ist. Ob das so viel Spaß macht wie die Treehouse auf Horrorfolgen? Ja, das werden wir sehen. Also, worum geht's? Bart und seine Schwester Lisa sind von ihren Eltern in ein Sommerlager geschickt, das von niemand geringeren als den bösen Iron Fist Burns geleitet wird. Ja genau, der Neffe von Mr. Burns. Ich glaube der taucht in der Serie ehrlich gesagt nie auf. Das Lager ist natürlich alles andere als ein netter Ort und Bart muss, wie der Titel es schon sagt, einen Weg finden aus diesem Camp zu entkommen. Dieser hilft zwischendurch mit ein paar Tipps, aber im Grunde seid ihr als Bart auf euch allein gestellt. Das Spiel ist ein klassischer Plattformer, an dem ihr euch durch verschiedene Level kämpft, springt, rennt, um aus dem Lager zu entkommen. Auf dem Weg müsst ihr natürlich auch mit den gemeinen Aufsehern und anderen fiesen Campewohnern auseinandersetzen. Als Waffe stehen euch so einige Varianten zur Verfügung. Einerseits gibt es natürlich eure Schleuder, aber auch andere Sachen wie ein Bumerang oder Essensreste kommen zum Einsatz. Die Steuerung ist, naja, okay, nicht gerade Butterweil. Bart bewegt sich echt träge, was es schwer macht, präzise Sprünge und schnelle Ausweichmanöver auszuführen. Dazu kommt, dass die Kollisionsabfrage manchmal etwas wackelig ist. Das führt dazu, dass ihr öfter getroffen werdet, als es eigentlich fair wäre. Was die Level angeht, gibt es aber eine gute Mischung. Ihr seid nicht nur draußen im Camp unterwegs, sondern müsst euch auch durch Hütten, Wälder und gefährliche Kletterpartien schlagen. Die Level sind linear, aber es gibt kleine Überraschungen wie fiese Gegner oder Hindernisse, die das Ganze dann doch etwas abwechslungsreicher machen. Leider wiederholen sich einige der Umgebungen, was auf Dauer echt monoton wird. Die Grafik ist typisch für den Gameboy. Recht simpel, aber charmant. Bart sieht aus wie Bart und die Gegner sind zumindest halbwegs erkennbar. Man muss ja immer bedenken, dass der Gameboy ja so einige Limitierungen hat. Die Musik dagegen ist, naja, wirklich nicht gut. Die typischen Pieps in Gameboy-Sounds sind hier leider echt nervig und wiederholen sie ständig. Das kann echt ziemlich schnell auf die Nerven gehen, vor allem wenn man immer wieder an derselben Stelle sterbt. Und das werdet ihr. Apropos Sterben. Das Schiedigkeitsgrad ist echt nicht ohne. Das Spiel verlangt oft pixelgenaue Sprünge und schnelle Reaktionen. Und das kombiniert mit der manchmal hakeligen Steuerung, kann echt frustrierend werden. Ich wurde wegen den genannten Schwächen eher gesagt, schon damals nicht wirklich warm mit dem Spiel. Einige Fehler kann man ja noch mit dem früheren Erscheinungsdatum und die unerfahrener Entwickler mit dem System begründen. Aber das macht das echt nicht besser. Insgesamt erwartet euch hier ein unterdurchschnittlicher Plattformer, also eher Lizenzgurke als tolles Spiel. Nicht erschrecken, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mein neues Buch Gameboy Geheimtipp 2 ist mir jetzt erhältlich. Auf 84 Sachen stelle ich euch 34 Spiele vor, die kaum jemand kennt, aber unbedingt mal einen Blick wert sind. Dazu gibt es ein Mega-Man-Special, in dem ich alle Mega-Man-Spiele für den klassischen Gameboy genauer unter die Lupe nehme. Das Ganze kommt als farbiger Doppelseiten-Guide, verfügbar als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Verfügbar übrigens auf Amazon, den Link zu der Bestellung findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Das Spiel ist vielleicht nicht eines der bekanntesten Spiele aus dem Simpsons-Franchise, aber definitiv eines der Verrückteren. Wie verrückt fragt ihr? Naja, lasst uns mal zusammen hereinschauen und herausfinden, ob es wirklich so wild ist, wie es klingt. Also, worum geht's? In diesem Spiel wird Bart in eine knallharte TV-Show namens Juggernauts geworfen, die irgendwie an eine Mischung aus den American Gladiators und einer schrägen Gameshow erinnert. Das Ziel ist klar, Bart muss mit den gefährlichen und muskelbepackten Juggernauts aufnehmen, indem er eine Reihe von Wettkämpfen und Minispielen übersteht. Ja, richtig gehört. Es ist im Prinzip eine in einen Story-Corset gepresste Minispiel-Sammlung. Was das Gameplay angeht, springt man hier also von Minigames zum nächsten, die sich in ihrer Mechanik aber teils stark unterscheiden. In einem Spiel müsste er zum Beispiel in einem Basketball-ähnlichen Spiel auf elektrischen Federn rumhüpfen und in einem anderen müsste er erst auf dem Skateboard eine Rampe entlangfahren, um dann einen der Juggernauts umzustoßen. Die Realität sieht allerdings etwas anders aus. Die Steuerung ist, sagen wir mal, nicht gerade die Stärke des Spiels, also genauso wie im vorherigen Spiel. Bart fühlt sich einfach oft schwerfällig an, was es schwierig macht, in den schnelleren Wettkämpfen die Kontrolle zu behalten. Außerdem ist das Spielkeitsgrad hier alles andere als verzeihend. Man muss viele der Minispiele schon perfekt beherrschen, um voranzukommen. Und das führt dann natürlich auch schnell zur Frust. Besonders ärgerlich ist es, wenn man ein Minigame nur ganz knapp verfehlt und dann wirklich wieder von vorne anfangen muss. Auf der technischen Seite steht das Spiel allerdings relativ gut da. Die Charaktere sind einigermaßen erkennbar und die verschiedenen Juggernauts haben sogar ihre eigenen Designs, die sie voneinander unterscheiden. Die Levels sind simpel, aber funktionieren für die Art von Spiel hier auf jeden Fall. Die Musik, ja, tja, sagen wir mal, die wird euch jetzt nicht lange im Ohr bleiben. Kann sehr schnell nerven, aber naja, ist halt eben da. Eine der größten Herausforderungen des Spiels ist echt die Lernkurve. Die verschiedenen Minispiele sind zwar abwechslungsreich, aber das bedeutet dann auch, dass man sich ständig die Steuerung und die Mechaniken neu lernen muss. Und das macht es ziemlich schwierig, in einen richtigen Flow reinzukommen. Vor allen Dingen, weil für jedes Spiel für sich genommen recht schwierig sein kann. Frustrierend ist auch, dass man oft das Gefühl hat, dass der Zufall eine sehr große Rolle spielt und die ihr gar nicht hätte besser sein können. Alles in allem ist Bad Simpsons vs. The Joggernauts ein kurioses Stück Gameboy-Geschichte. Dieses Spiel hatte ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen und ich wollte es eigentlich lieben, sind ja immerhin die Simpsons. Allerdings gelang es mir damals echt wirklich gar nicht und heute ehrlich gesagt schon gar nicht. Es ist einfach zu frustrierend und macht nicht wirklich Spaß. Dieses Mal steht nicht Bad, sondern der chaotische und nimmenswerte Clown Krusty im Mittelpunkt. Das Spiel hat definitiv einen anderen Vibe als die üblichen Plattformartitel. Also lasst uns mal reinschauen, ob es den typischen Simpsons Charme versprüht oder eher ins Leere läuft. Also worum geht es hier jetzt? In Krustys Funhouse hat der berühmte Clown ein Problem. Seine gesamte Bude ist von Ratten befallen. Und das bedeutet, dass ihr als Krusty durch eine ganze Reihe von Nevin laufen müsst, um dieses Rattenproblem natürlich ein für alle Mal zu lösen. Das Spiel ist also ein Puzzle-Plattform ab, bei dem es darum geht, die Ratten in bestimmte Fallen zu lotsen, damit sie endgültig aus dem Weg geräumt werden. Klingt simpel, oder? Nun, es ist natürlich schnell kniffliger als man denkt. Das Gameplay dreht sich hauptsächlich um das Platzieren und Verschieben von Objekten, um die Ratten sicher in die Falle zu leiten. Krusty kann Blöcke bewegen, Sprungfedern platzieren und Schalter betätigen, um die kleinen Biestern den Weg zu weisen. Dabei müsst ihr sicherstellen, dass keine Ratte entkommt, sonst war ja die ganze Mühe umsonst. Man könnte als eine Art Mischung aus Lemmings und einem klassischen Plattformer beschreiben, nur eben mit einem sehr starken Fokus auf Puzzles. Was die Steuerung angeht, ist es hier wirklich überraschendweise ein solides Handling. Krusty bewegt sich relativ flüssig und die Steuerung ist präzise genug, um die Objekte richtig zu platzieren. Aber lasst euch nicht täuschen, auch wenn das Spiel anfangs einfach wirkt, werden die Puzzles schnell schwieriger, je weiter man kommt. Die Lernkurve ist echt spürbar und schon bald werdet ihr um die Ecke denken müssen, um die Ratten zu besiegen. Die Grafik ist für ein Gameboy-Spiel ziemlich ansprechend. Krusty und die anderen Simpsons Charaktere, die hin und wieder auftauchen, also wie zum Beispiel Bart, der ab und zu hilft, sind gut zu erkennen und die Level haben einen netten, wenn auch einfachen visuellen Stil. Alles ist sehr klar strukturiert, sodass man gut erkennen kann, welche Objekte interagierbar sind und wie die Ratten sich bewegen. Für den monochromen Gameboy-Look ist das echt gelungen. Das Sound ist, ja, sagen wir mal typisch Gameboy. Die Musik ist fröhlich und passt zur chaotischen Stimmung von Krusty, aber sie kann nach einer Weile dadurch etwas eintönig werden. Die Soundeffekte sind natürlich in Ordnung, aber nichts Besonderes. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist es ziemlich fair, zumindest zu Beginn. Die Puzzles steigen gut in ihren Schwierigkeitsgrad an und obwohl manche späteren Level echt knifflig sein können, fühlt es sich irgendwie nie unfair an. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man das Gefühl hat, dass der Aha-Moment nach dem Lösung eines Kniffligen-Rätsels extrem befriedigend ist. Ein kleiner Kritikpunkt ist jedoch, dass das Spiel auf Dauer sich etwas widerbot. Obwohl die Puzzles natürlich abwechslungsreich sind, passiert abseits der Hauptmechanik leider nicht viel. Wenn ihr also keine große Lust auf ständige Rätsel habt, könnte das auf Dauer natürlich sehr ermüdend sein. Aber für Puzzle-Fans bietet das Spiel so eine Menge Herausforderungen und spaßige Knobeleien. Es ist schon etwas überraschend, dass dieses Spiel zu den besseren Simpsons-Spielen auf dem System gehört. Immerhin ist es ja ein Charakter aus der zweiten Reihe, das da. Das liegt aber vielleicht auch etwas an dem Spiel an sich. Das Spiel ist nämlich nur eine Art Re-Skin des Spiels Red Trap auf dem Amiga. Es wurde nur etwas Simpsons-Charme dazu gepackt und schon hatte man ein Puzzlespiel. Mich würde mal echt die Geschichte interessieren, wie man auf diese Idee kam. In diesem Spiel erlebt Bart die Geschichte von Jack und die Bodenranke in seinem eigenen Stil. Also, ja, worum geht's? In diesem Spiel schlüpft er in die Rolle von Bart, der wie im klassischen Märchen eine magische Bodenranke hinaufklettern muss, um im Schloss eines riesen Reichtümer zu erbeuten. Klar, Bart wäre nicht Bart, wenn er nicht auf seine eigene chaotische Weise durch das Abenteuer stolpern würde. Statt einer ruhigen Reise erwartet euch hier natürlich ein knallharter Plattformer mit vielen Hindernissen und Gegnern. Dabei ist das Gameplay relativ graddienig. Ihr klettert, springt und kämpft euch durch verschiedene Level, die sich allesamt um die Bodenranke und das Schloss des Riesen drehen. Dabei müsst ihr Hindernisse ausweichen, Gegner wie Hühnern oder kleinen Gremlins den Garaus machen und darauf achten, natürlich nicht in den Abgrund zu stürzen. Das Klettern an der Bodenranke ist ein zentrales Element, aber hier fängt schon das erste dicke Problem an. Die Steuerung, die ist nämlich, äh, naja, sagen wir mal suboptimal. Bart fühlt sich echt schwerfällig und unpräzise an, was gerade bei einem Spiel, dem es viel um das Springen und Klettern geht, ziemlich frustrierend ist. Besonders das Springen ist wirklich hakelig und man verfehlt auf Plattformen, auf die man eigentlich erreichen sollte. Dazu kommt, dass einige Gegner in fieser Regelmäßigkeit auftauchen und das Timing beim Ausweichen oder Angreifen erfordert und das ist mit der ungenauen Steuerung nicht wirklich spaßig. Was die Level betrifft, gibt es so einige Abwechslungen immerhin. Ihr startet natürlich an der Bodenranke, arbeitet euch hoch bis zum Himmel bis zum Schloss und kämpft euch schließlich gegen den Riesen durch. Die Umgebung sind dabei recht unterschiedlich gestaltet und das Designer-Levels ist kreativ genug, um das Gefühl zu vermitteln, dass ihr tatsächlich in einer übernatürlichen Welt unterwegs seid. Daher ist auch die Grafik okay, aber nichts Weltbewegendes bei dem Erscheinungsjahr wäre wirklich definitiv mehr drin gewesen. Bart ist als Charakter zwar gut zu erkennen und die verschiedenen Gegner sowie Umgebung sind solide umgesetzt. Die Animationen dabei sind etwas steif, aber naja, das ist ja bei vielen Spielen auf dem System leider der Fall. Und das Soundtrack ist auch wieder typisch für Gameboy-Verhältnisse. Simpel und wirklich repetitiv. Die Musik passt zwar gut zum märchenhaften Setting, wird aber schnell eintönig. Nach einer Weile werdet ihr wahrscheinlich den Ton etwas leiser stellen und in piepsigen Soundeffekte zu bekommen, die leider nicht wirklich sonderlich viel Abwechslung bieten. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist das Spiel echt nicht gerade einen Zuckerschlecken. Vor allem die Kombination aus der ungenauen Steuerung und den oft unfair platzierten Gegnern macht das Spiel zu einer echten Herausforderung und macht einfach keinen Spaß. Seien wir mal ehrlich, man muss sich wirklich auf echt viele Trial and Error Momente einstellen, was euch wirklich sehr schnell nerven wird. Ähnlich wie Escape von Camp Deadly kann ich auch leider diesen Simpsons Plattformer nicht wirklich empfehlen. Auch hier ist eher die Lizenz im Vordergrund und nicht der Spielspaß. Wirklich schade. Ein weiterer durchwachsendes Simpsons Spiel auf dem System. Wie der Name schon verrät, schlüft euch hier in die Rolle der berüchtigten Cartoon-Katze und Maus aus der Simpsons Welt, die sich diesmal nicht nur in einem blutigen Kampf gegenüberstehen oder vielleicht doch. Naja, es ist jedenfalls eine wilde Mischung aus Minigolf und dem Itchy und Scratchy Chaos. Also worum geht's? Ihr spielt die Katze Scratchy und müsst Itchy, die Maus, auf unterschiedlichen Minigolf-Kursen den Garaus machen. Itchy tut nämlich alles, um euch das Lebensschwert zu machen, dem ihr euch immer wieder angreift und Fallen stellt. Es ist also nicht nur einfach nur ein Minigolf-Spiel. Ihr müsst gleichzeitig euch versuchen zu verteidigen, während ihr den Ball ins Loch bringt. Das ist eine definitiv lustige Prämisse, aber na wie funktioniert das Ganze? Das Gameplay ist eine Mischung aus Minigolf- und Action-Plattformen. Ihr navigiert durch verschiedene Golf-Plätze, die natürlich alles andere als normale Kurse sind. Statt sauberer, ruhiger Bahn erwarten euch Hindernisse, Gegner und natürlich Itchy selbst, die euch immer wieder versucht, mit verschiedenen Waffen und Fallen zu erledigen. Wenn ihr den Golf-Ball abschlägt, müsst ihr also ständig auf der Hut sein, um Angriff zu vermeiden oder ihn mit euren eigenen Attacken aus dem Weg räumen. Die Steuerung ist dabei natürlich zum Glück recht einfach gehalten. Ihr schlagt den Ball ab, indem ihr Kraft und Richtung ausfällt, aber gleichzeitig müsst ihr dann auch herumlaufen, springen und angreifen, wenn euch die Maus so nahe kommt. Klingt chaotisch? Das ist es auch. Die Steuerung fühlt sich aber für Minigolf-Parts ganz gut an, aber sobald das Action-Element in das Spiel kommt, kann es etwas hakelig werden, ist aber noch gut schaffbar. Die Level sind dabei durchaus abwechslungsreich gestaltet. Ihr spielt auf Minigolf-Kursen, die in verschiedenen Umgebungen angesiedelt sind. Von klassischen Grasflächen bis zu verrückten Cartoon-Welten. Die Hindernisse sind oft genauso verrückt wie die Charaktere selbst. Ihr müsst über brenne Löcher springen, vor gefährlichen Gegnern fliehen oder euch gleichzeitig darum kümmern, den Ball einzulochen. Es macht Spaß, diese Levels zu erkunden, auch wenn sie manchmal echt herausfordernd sind. Die Grafik ist für die Gameboy-Verhältnisse echt gut geworden. Ichi und Scratchy sind immer gut erkennbar und der Cartoon-Stil wurde für die monochrome Gameboy-Welt ziemlich gut umgesetzt. Scratchy sieht immer schön lined aus, wenn er getroffen wird, was definitiv zur Stimmung des Spiels passt. Die Animationen sind einfach, aber passend für das, was das Spiel sein will. Ein chaotisch-spaßiger Cartoon-Ausflug. Und der Sound? Na, der Soundtrack ist jetzt wirklich nichts Besonderes wie die anderen Spiele, aber stört euch auch hier nicht. Die Sound-Effekte, vor allem wenn Scratchy getroffen wird, sind witzig und sorgen dafür, dass ihr euch wirklich wie in einer Episode der Itchy & Scratchy Show fühlt. Was die Schwierigkeitsgrad angeht, kann das Spiel echt hart sein. Die Kombination aus Mini-Golf und Kampf erfordert ziemlich viel Geschick. Manchmal habt ihr das Gefühl, dass die Gegner und Hindernisse zu viel auf einmal sind. Die Steuerung wird dann in hektischen Momenten natürlich etwas zur Herausforderung, besonders wenn Scratchy plötzlich auftaucht und euch mitten im Abschlag attackiert. Es gibt viele Trial-and-Error-Momente, aber für Spieler, die sich gerne durchbeißen, gibt es hier definitiv auch viel zu lachen. Insgesamt ist das Spiel ein spaßiges, wenn auch chaotisches Spiel für den Gameboy. Die Mischung aus Mini-Golf und Action ist wirklich einzigartig und der typische verrückte Humor der beiden Cartoon-Charaktere kommt echt gut rüber. Ich erwarte euch wieder, etwas überraschend, ein gutes Simpsons-Spiel. Und das, obwohl auch hier wieder Charaktere aus der zweiten Reihe vorkommen. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt? Also, Simpsons-Spiele gab es ja, wie ihr gesehen habt, so einige für den Gameboy. Die meisten sind leider wirklich nicht so gut. Vor allen Dingen die mit den großen Stars, also Bart Simpson, die sind eher, naja, wirklich Lizenzgucken. Anders kann man es tatsächlich irgendwie nicht beschreiben. Aber komischerweise, gerade die mit den Charakteren aus der zweiten Reihe, die Spiele, die sind richtig gut und durchaus mal einen Blick wert. Irgendwie komisch, oder? Was haltet ihr von den Spielen? Welches Spiel ist euer Favorit? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video, macht's gut und viel Spaß noch, egal was ihr noch vorhabt. Bis zum nächsten Video, macht's gut.